Algen, vielleicht auch noch. Nein. Löschen. Angel. Lage, Lagen, würde mir jetzt noch so schnell einfallen. Äh, so, hatte ich jetzt gar nicht die Lage. Lage, ich kann vielleicht, Lagen, Lage, ich weiß nicht, ob's passt. Geil. Bekannt, die Liga. Ne, Liga passt auch nicht. Liegen. Also die mehreren. Geil. Mit drei Buchstaben, Alter. Läge. Keine Ahnung. Wir können nochmal ein bisschen mischen hier. Vielleicht ein. Good one. I'm afraid that's not English. Line. That has to be some sort of slang, yes? Äh, keine Ahnung. Good one. Guck mal, auf jeden Fall bestanden mit 69%. Besser als nix. Ah, you remind me of myself at your age. So full of hope, so full of bigger. Das gehen ja noch. Also einfach, das geht ja so. Die ersten gingen komisch. I really need to beat someone soon. I hate this. Now I have to hit you. Watch it. That's against the rule. Come on, don't be a cry baby. Entschuldigung, bonus freigeschaltet. You better be taking notes. Nice work, Jimmy. Hey, geil. Jetzt kann ich diese Kack-Quest nochmal machen, oder wat? Ach man. Bin ich aber auch schon gewohnt. Komm, wir machen jetzt erst noch die Quest nochmal. Wissen wir auf jeden Fall, was machen sollen. Dann haben wir da noch eine Quest und keine Ahnung, was dann kommt, ne? Beziehungsweise die nächste weiß ich auch nicht, was kommt. Hab ich nur Ahnung. Auf jeden Fall erstmal noch das Zeichen setzen machen wir jetzt hier. Hahaha, that is funny, Jimmy. That is funny, Jimmy. Da fehlt eigentlich Johnny Filter da noch. Und Russell, ne, hab ich will so die ganzen Zeit nicht gesehen. Das ist irgendwie komisch. Also und zwar doch, Russell doch immer hier dabei. Kauf dir etwas Spielfahrer, so hab ich keine mehr. Das mach ich. Nee, zumal ich mich bin schneller. Okay, jetzt geht das Auto ab. Ah, ich dachte jetzt, jetzt bin ich... Ich sag schneller als das, ja. Jetzt bin ich wieder schneller als das. Ich weiß, das ist komisch. So, wir haben wieder keine Sprühfarbe. Neben YumYumMarkt. Welcome to YumYumMarkt. Welcome to YumYumMarkt. Oh, ich wollte kaufen. So, schon voll. Goodbye. Das kann ja nicht so schwer sein hier. So, wieder hier klettert auf Grathaus, aufs Dach des Rathaus. Und dann tun wir uns wieder sprühen und unten fotografieren und dann werden wir ein Bild erwischt. Na gut, wir hatten auch das Pech gehabt, dass wir am Schwänzen waren. Das war halt dann noch zusätzlich blöd dazu. Na ja. Jetzt sollte man es aber hinkriegen, da das Schwänzen jetzt ausfällt. Kommen wir da schneller am vorderen, am vorderen Guard vorbei. Das war auch das Problem. Ich hab den einfach umgerannt im Bild. Hätte ich ganz friedlich außenrum gerannt, dann hätte ich es vielleicht noch geschafft. Aber so ist es auch, komm, Pech gehabt. Und ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal einmal schwänze wieder. Ich wollte es eigentlich gar nicht tun, beziehungsweise vielleicht nur ganz minimal, wenn es wirklich notinwendig ist oder wirklich nichts anderes los ist. Ah, das Kaffetti-Spin ist so laut. So. Jetzt kommt auf jeden Fall mit diesen Schwingungen, wie ich hier mache, auf jeden Fall gut Graffiti-Springen. Jetzt kommt die Polizei wieder. Aua. Aua. Und da springe ich jetzt ein bisschen nicht runter. Oder mit dem Skateboard. Nimm doch da. Und ich sag, spring da nicht runter. Bist du blöd. Och, komm, ey. Nein. Echt, ich werde doch bekloppt. Ich werde noch bekloppt hier. So, jetzt gib mir mal mein Bike. Guck mal, ob ich damit schneller gleich von ANAP komme. Ist doch nicht wahr. Und ich sag, ich spring vorher nicht da runter. Nein. Und ich rempele gleich komplett alles um. Bock. Guck mal, lass mein Fahrrad einfach hier stehen, weil ich bin jetzt der Boss der Schule. Echt, hier als Boss der Schule könnte ich doch hier glatt hier Direktor sein. Das ist lustig, Jimmy. So, alles überspringen, soll ja wieder fix gehen. Ja, ich weiß. Und dann nach aufs Dach. Er hätte es geahnt. Oh, nice slam. Hm. Ich sag ja nix. Aber, warum? Kannst du nicht einfach mal normal fahren? Oh Mann, ey. Was machen die da immer? Die drehen immer wieder auf der Straße? Dann sind die irgendwie besoffen oder so? So, ich werde hier irgendwo gleich mein Fahrrad brauchen. Das steht fest. Das stelle ich schon mal hin. Und jetzt klaut es mir irgendeinen Saftsack. Das wette ich jetzt schon. Ja, warte mal. Ist das Bild hier eigentlich von... Ja. Ey, wo kommt... Ich will auch mal ins Rathaus rein. Ich will der Bürgermeister werden. So. Jetzt kann ich nicht runterspringen, sondern klettern drücken. Ich weiß. Schreibst mir am besten auch Kommentare, du Fallloser. Hashtag Falllos oder sowas. Ich weiß es nicht. So. Oh, ich kann kein Graffiti spülen. Das kommt schon. Und das Zeichen setzen. Wir wollen hier fertig werden. Ist denn eigentlich die Karte offen? Ja, da unten ist offen. Da ist auch noch ein Transistor gewesen. Oh, das war das. Da war nur ein Transistor. Da ist er noch, glaube ich. Ich glaube, das ist das auch, oder? Bushaltestellen, Läden, Speicherpunkte. Sicher bin ich mir nicht, aber ein Transistor... Nee. Kann es ja auch nicht sein. Transistor sind ja alle weg. Also irgendwas war es auf jeden Fall. War ein bisschen komisch aus. So, erneut ist mal hier. Und da nochmal. Ja, Polizei da hinten schickt noch mein Fahrrad. Glück gehabt. So, hier ist es ja nicht so schlimm. Hier sollten wir vielleicht auch schon mal... Nee, Fahrrad ist... Ja, f...